Wir sind zu Bauernopfern eines Stellvertreterkrieges gemacht worden, für den wir die Zeche zahlen sollen. Liebe Zuschauer, die Zeit der vornehmen Zurückhaltung, sie ist vorbei. Sie muss auch vorbei sein, wenn es mit uns nicht bald selbst vorbei sein soll. Denn das, was wir gerade dabei sind zu erleben, ist ein vor unseren Augen stattfindender, beispielloser Zerfallsprozess in Turbogeschwindigkeit. Für den diese Bundesregierung allein nicht die Verantwortung trägt und nicht Wladimir Putin. Als Donald Trump vor vier Jahren in seiner Rede auf der UN-Vollversammlung auf die risikoreiche Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas hinwies, wurde er vom damaligen Außenminister Heiko Maas ausgelacht. Heute lachen wir nicht mehr. Wir sind zu Bauernopfern eines Stellvertreterkrieges gemacht worden, für den wir die Zeche zahlen sollen. In dem uns von der Partei, die in jedem Wahlkampf den Slogan »Keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete« skandierte, nun täglich eingehämmert wird, Deutschland müsse der Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine zustimmen, um dort Frieden zu schaffen. Hätte George Orwell nicht bereits sein Werk 1984 geschrieben, müsste man annehmen, wir würden uns in dessen ureigenstem Entstehungsprozess befinden. Wie unmündigen Kindern geben uns Ministerpräsidenten wie Baden-Württembergs Kretschmann Tipps zum Runterdrehen der Heizung und zur Nutzung des Waschlappens und wollen uns damit ernsthaft glauben lassen, einen messbaren Beitrag zum Energiesparen und damit zur Unabhängigkeit von russischem Gas beitragen zu können. Wirtschaftsminister Habeck, der nichts von Wirtschaft versteht, aber dafür sorgt, dass nach sozialistischer Manier Energiekonzerne verstaatlicht werden, erklärt uns derweil, dass wir für Gas von diesen auch noch eine extra obendrauf Sonderumlage zahlen sollen. Aber Moment, nennt man das bei verstaatlichten Unternehmen nicht Steuer? Egal. Dieser Staat will eben nur unser Bestes, nämlich die Verteidigung unserer Freiheit in der Ukraine. Und da darf man nicht knauserig sein. Und wir bekommen doch großzügige Entlastungspakete angeboten. Alle sollen unter den Rettungsschirmen der Regierung, die uns und besonders den krisengebeutelten Mittelstand überhaupt erst in die bestehende Misere gebracht hat. Die sich weiterhin weigert, die dringend benötigten, grundlastfähige Energie produzierenden Atomkraftwerke weiter zu betreiben. Und stattdessen nun mit der Verstaatlichung des Unternehmens Uniper an drei Atomkraftwerken in Schweden und auch an fünf Gas- und Kohlekraftwerken in Russland beteiligt ist. Heuchelei und Maßlosigkeit haben eine Farbe. Und die ist grün. So schön das Wohlgefühl derer, die sich als bessere Menschen fühlen wollen, so nah der Eisberg, an dem sie an der Realität zerschellen werden. Noch fordert Habeck ein Energiekrisen-Sondervermögen. Und der Wähler, der nicht die Grundrechenarten beherrscht, träumt von einer Energiewende, die nie noch nicht einmal auf dem Papier funktioniert hätte. Die gleichen Taugenichtse, die die Biologie leugnen, uns glauben lassen wollen, dass wir unser Geschlecht nach Tagesform ändern können, erzählen uns jetzt, dass eine Industrienation wie Deutschland seine Energie zukünftig aus Wind und Sonne beziehen kann. Irrationalität, so scheint es, ist zur einzigen Leitlinie deutscher Politik mutiert. Wen stört es da, dass die Erzeugerpreise im vergangenen Monat so stark wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik gestiegen sind? Dass Branchen wie das Bäckerhandwerk aufgrund der Energiekostenexplosion mit bis zu 30 Prozent Pleiten ihrer Betriebe allein bis zum Jahresende rechnen. Die Krankenkassenbeiträge steigen auf Rekordhöhe und werden mit Anfang nächsten Jahres richtig explodieren, wie deren Vorsitzende jetzt schon warnend mitteilen. Aber wen interessiert das schon im besten Deutschland aller Zeiten? In einem Land, in dem sich 2015 von den Migrationszahlen gerade wie ein Déjà-vu zu erholen droht. Allerdings beinahe unbemerkt, da in den Medien kaum darüber berichtet wird. Wir galoppieren auf eine Verarmungs-, Inflationsinsolvenz und Arbeitslosigkeitswelle ungekannten Ausmaßes zu und tun so, als könnten wir die Welt mit Kindergesten retten. Das Bild eines Regenbogens hochzuhalten, macht eine Gesellschaft nicht bunt. Und überall die blaugelbe Fahne zu hissen, bringt auch keinen Frieden in der Ukraine. Es geht um die Wurst. Und was viele noch nicht mitbekommen haben, um unsere. Während hierzulande immer noch einige davon träumen, dass Deutschland ein reiches Land sei und wir die Welt durch unsere vorbildliche Haltung allein retten könnten, stehen wir selbst bereits mit beiden Füßen am Abgrund. An der globalen Erwärmung wird in diesem Winter niemand sterben, möglicherweise aber am Tod durch Erfrieren. A-Fantasie nennt man das neurologische Phänomen fehlender bildlicher Vorstellungskraft. Wenn diese nicht bald bei größeren Teilen der deutschen Bevölkerung einsetzt, drohen wir überrollt zu werden durch die Kraft des Faktischen. Wo Politiker ihre Macht missbrauchen und die repräsentative Demokratie nicht mehr funktioniert, müssen die Bürger mit den Füßen abstimmen. Es wird ein Herbst des bürgerlichen Protests werden müssen, wenn sich etwas ändern soll. Die Adresse von Kanzleramt und Reichstag sind uns allen ja bekannt. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Der Kanzleramt und Reichstag Läster